Nein, nein. Mach mal einen Kart wieder da. Sind wir ihn weggehen lassen oder gehen wir ihn noch mit? Das klingt gefördert. Das ist ganz schön, wenn man da so sitzt. Das ist ganz schön, wenn man da so sitzt. Das ist ganz schön, wenn man da so sitzt. Okay, okay, okay. Meine Schulter schaust ein bisschen. Ja, genau. Dann schaust du bis aus Wien und her. Das ist ein Traum. Es ist wie weder ihn mit. Von ihm das mit. Häuser. Das ist cool, oder? Ja, das ist cool. Lass bleiben und fahr einfach so weit weg. Schauen wir uns auf die Pedaline zu. Weiter. Voll. Total. Geht mehr weiter aus. Ja. Jetzt kommt die Leitlinie. Cool. Jetzt gehen wir weiter dazu. Jetzt gehen wir weiter. Dann müssen wir die Leitlinie sich ansichtbar machen. Jetzt gehen wir wieder weg. Mit den Händen gehen. So, genau. Jetzt gehen wir ganz kurz. Jetzt müssen wir so kurz stehen, wo sie stehen. Ja. Ich habe begonnen. Ich habe begonnen in Lens. Das sind jetzt ein paar Grünsteine. Das sind jetzt ein paar kleine Händchen fest. Das sind jetzt ein paar kleine Händchen fest. Cool, was da los ist, gell? Ich habe das Spielzeug gepflanzt. 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 Was wird jetzt verschwinden im Grünen? Was? Weiter weg, denke ich. Super. Da ist eine hausende Aktion. Wir ziehen durch den Platz und suchen ein Hermpa. Geschwindig und geht da. Wir tragen die большigen Teppichrassen eins, von den dann reinziehen. Der Peter Becker, das ist ja so. Ah, das ist direkt, das ist not so wichtig. Ja, danke. Und du magst am Abend Josefi Gasse 1 im Trater Riga jetzt weiter. Trater Riga im Josefi Gasse 1. Genau. Hier ist es. Hier ist es. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.